Guten Abend miteinander. Coop ist ja auch Ihr Blumen-Spezialist. Heute möchten wir Sie gerade zuerst über die Coop-Leistung informieren. Und haben darüber einen kleinen Film gedreht. Damit die Schnittblumen sofort nach dem Pflücken frisch in die Coop-Läden kommen, unterhält Coop ein leistungsfähiges Blumenverteilzentrum in Prateln bei Basel. Hier werden von ausgebildeten Spezialistinnen jährlich über 6 Millionen frische Schnittblumen kontrolliert, sortiert, gepflegt und sorgfältig verpackt. Nebst den Schweizer Sorten kommen die Blumen aus aller Welt. Und zwar auf dem schnellsten Weg. Mit dem Flugzeug. Besonders aktuell sind jetzt gerade die Osterglocken, die aus England kommen. Und die wunderbaren Osterstrüsse. Und da noch ein guter Tipp. Mit der Hola-Floor-Schnittblumen-Nahrung, es gibt sie in diesen Sparfläschen, oder diesen praktischen Püterchen, hebe deine Z.B. Rosen bis zu 10 Tage. Und noch mal etwas, damit ihre Blumen länger leben. Schneiden Sie beim Stil etwa 2 cm weg. Und zwar schräg. Nehmen Sie doch ein scharfes Messer. So werden nämlich die Saftbahnen nicht gequetscht. Aber jetzt zu unserer Überraschung für Buben und Mädchen. Die neuesten von der Play-Big-Spielzeuge, die Wikinger, sind bei Coop gelandet. Wir sehen es da gerade im Film. Play-Big erzählt die fantastische Geschichte von Big und Biggie. Vor mehr als 900 Jahren segelten Wikinger in ihren Schiffen von Kontinent zu Kontinent. Sie überstanden die abenteuerlichsten Gefahren der Meere. Feierten zünftige Feste damals die alten Wikinger. Wikinger-Schiffe und Wikinger. Das ist die Welt der Play-Big. Die Spielkameraden für Millionen. Das ganze neue Wikinger-Programm gibt es einzig und allein bei Coop. Zu besonders günstigen Preisen. Und jetzt noch zu unserem 10'000 Franken Wettbewerb. Schicken Sie wie immer eine Postkarte an das Coop Mittwochstudio, Postfach 4099 Basel. Einsendeschluss ist der 27. März. Die Aufgabe ist einfach. Notieren Sie drei von den Coop-Aktionsangeboten, die Sie jetzt gerade sehen. Auf Wiedersehen miteinander. Am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop eine Gemüseplatte mit Eierschwemmli Midi Gastronom an 425 Gramm für nur 2.15 Franken. Tomisenf mild in der Taube an 200 Gramm für nur 1.5 Franken. Und zwei Tauben Tomimayonnaise an 265 Gramm kosten bei Coop nur 3.30 Franken. Und da die Festaktion Jubilor Bohnenkaffee. 500 Gramm kostet nur 8 Franken. 250 Gramm nur 4.20 Franken. Und der Filterfertigmalne nur 2.30 Franken. Drei Nachfüllbeutel an 90 Gramm Knorr-Aromat kosten bei Coop nur 2.15 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag gibt es bei Coop zwei Dosen an 190 Gramm Champignons de Paris für sage und schreibe 1.90 Franken. Besonders günstige Strumpfhosenangebote sind Tavela Finesse mit breitem Spickel und verstärkter Spitze, Sollen und Fersen, zwei Paar für nur 5.60 Franken. Und Tavela Gabi mit dem Fantasieslip und einem Baulenspickel, zwei Paar für nur 5.90 Franken. Alle die Angebote gibt es ab morgen in allen Coopläden. Auf Wiedersehen.